ja ich weiß was du meinst deswegen ist meine zweite insel würde die 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 nahrung für meine hauptinsel dass ich die dritte stufe erreichen könnte machen aber dadurch dass ich nicht immer angegriffen werde bringt mir gar nichts diese produktions kette ist aufzubauen so bis jetzt könnte glück haben aber ich weiß auch nicht so ein bisschen zurecht stützen mit den schiffen denn ich so nerven versuche hier gerade nur so ein bisschen mein plus hier aufzubauen ein geringt irgendwie ökobilanz werte steigen und und Vielen Dank. Werkzeug. Gute Männer mit Familie, leck mich am Arsch. Du hast schon unendlich Dinger von mir vernichtet. Werkzeug? Ja, es ist bei mir nur eine Frage. Kann ich abgeben. Ja, es ist gut. Ich will vier Sekunden warten. Dann habe ich es. Ich gucke. Ach, ich gucke. Abwanderung? Wo? Ach da! Oh! Ja, kann ich verstehen. Wieso, was ist das? Ja, die hatten keine Straßen. Ja, ich wurde angegriffen darum. Warst du irgendwie abgelehnt? Ja. Registriere Verschlechterung der Ökobilanz. Ökobilanz fallen will. Die fahren einfach hier mit 3.000 Schiffen durch. Warte, wieso ein Griffen? Ich komme. Ein Schiff verlier ich definitiv. Ich mach von hinten. Der eine ist nicht. Kaputt. Die trauen sich aber auch nicht in den Hafenbereich ein. So. Wow, ich hab's mal gelassen, die anzugreifen. Ja, im Wespennest sollte man nicht anpixen. Und Auge. Deine Nacht. Warum habe ich kein Geld? Ich mach doch quasi gar nichts, weil ich kann gar nichts machen. Ja. Wie viel Plus hast du? Äh, es schwankt irgendwie ständig. So zwischen 300 und 400 irgendwie immer. Und trotzdem hab ich kaum Geld. Ja, weil 400 irgendwie nicht viel ist. Aber so. Allweg. So... À. Die fattavy sind besser alser. Jetzt bin ich zurück zumaliges aimed. So, am Boden. Kamain. Dass du mal bist. Erstmal aus. Vielen Dank. Vielen Dank. Registriere neues Fahrzeug. Er sat sich verkeilt in meinen Schiffen. Er hat keiner geschützt haben. Nein, er schießt nach Schaden. Ne, ist ganz... Ups, aber er macht irgendwie nichts. Doch, doch, er schießt, aber er hat aufgegeben, wegzufahren. Ist gut, einer weniger. Will ich da reparieren? Das baut er wieder instant nach. Naja, aber... Das erste Mal nicht da. Fahrzeug fertiggestellt. Das erste Mal nicht. Das erste Mal nicht. Das ist ein bisschen schneller. Das ist ein bisschen mehr. Ja, das ist gut. Das ist gut. Vielen Dank. Ich habe irgendwas geklickt. Mein Schiff macht jetzt irgendwas. Wahrscheinlich. Laufende Expedition. Erfolgschancen hoch. An Bord aus... Achso, du hast... Okay, cool. Keine coole Sachen bei rumkommen. Ja, aber es hatte noch Stahl. Das ist komplett gesperrt. Ich kann nichts mehr machen mit dem Ding. Das ist jetzt erstmal weg. Die Roten machen gerade irgendwas Fieses. Äh, vielleicht doch nicht. Vielleicht doch. Ah, sie greifen da ein Konto an. Mit zwei Schiffen. Ich rück erst mal den auf die Pelle. Registriere Energieknappheit. Ja, dass geht. Okay. uin. Vielen Dank. So, kann ich jetzt jemanden verraten, wo mein Schiff hin ist? Äh, das fährt aus der Map raus. Es macht dann da was und kommt dann immer wieder. Oh, okay. Ich vermisse es. Mein Kampfschiff. Naja, man kann nicht alles haben. Äh, als der Kuh kann ich das nicht verstehen. Feuerausbruch? 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 Ach da! Oh Gott! Oh Gott! Feuerausbruch! Ganz ruhig! Ich baue hier einfach eine... Nicht genug Baumaterial. Los! Oh, komm schon! Ich brauche nur noch ein Ding. Komm schon, produziere das eine Ding. Ich brauche noch ein Ding. Ich brauche nur noch ein Ding. Ich brauche noch. Ich brauche nur noch ein Ding. Mal schauen, dass der Kuh hat's. Ich brauche deinen Kuh hat. Oh, komm schon! Ich brauche alle Fähigkeiten. Das war's. So, Geld habe ich. Wieder langsam. Brauchst du was? Nein. 100 Lizenzen. Dafür ein Besudeln, Diener anweselt. Du hast eigentlich recht. Ein Stück unberührte Natur ist mehr wert. Vertraut auf ihr Urteil und verzichtet vorerst auf eine Expansion. Alles klar. Ja. 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 Und jetzt. So. Yeah. Was hast du da gemacht? Ich habe einen Aktienanteil meiner eigenen Insel gekauft, um 200 mehr Geld zu bekommen. Ab Stufe 3 wird das freigeschaltet. Ja, da komme ich hier gar nicht hin. Nicht in den nächsten 10 Minuten. Als wenn bis dahin irgendetwas Schlimmes passieren würde. Was wollte ich jetzt machen? Ich wollte... Das wollte ich ziemlich teuer, das will ich weiter im Landesinnere. Ja, ich kann einen endlich kaputt machen. Oh! Mein Schild ist zurück. Und es hat selbst repuzierende Nanoroboter erforscht. Glaub ich ist cool. Selten 3 Sterne, keine Ahnung, wird zur Erforschung hochwertiger Technologien in der Akademie benötigt. Das ist gut. 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 No, das ist gut. Das ist gut. Das ist gut. Ich habe ein neues Fahrzeug gebaut und schon stehen sie wieder vor meiner Haustür und sie gehen wieder so Handelsroute. Ich habe ein neues Fahrzeug gebaut und ich habe ein neues Fahrzeug gebaut und ich habe ein neues Fahrzeug gebaut.